Können Sie ganz kurz hier herkommen. Herr Klöppel, du musst lauter riechen. Herr Klöppel, Herr Klöppel, ganz kurz. Herr Klöppel, können Sie ganz kurz. Herr Klöppel, das ist die ganz kurz. Ich war, ich bin gerade beim Knochen. Oh, der Klöppel. Habt ihr mal jemanden um die Klöppel kümmern? Nein, warum kreist der eine, weil sie reden? Ich bin hierher. Kommt. Wie heißt der, der Klöppel? Ach, ähm, 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 ähm. Du bist so nicht da, ja? Ja, ich weiß, du meinst, ich hab alle Knochen. Danke, danke. Ja... Ich bin hier bei der Knochen. Herr Klöppel, ich bin hier vorhin verraten. Können Sie ein paar Worte hier? Herr Klöppel? Herr Klöppel! Herr Klöppel! Hier! Ja! Ich bin hier oben. Oh, du sagst schon. Danke. 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 Wolke. Herr Klöppel. Wolke. Wolke. Danke. Was für Leute es ist hier, die Leute diesen Nachwuchspreis zu überreichen? Super, super, super. Super, super, super. Da freuen sich Menschen auf mich gleich ganz doll. Genau. Danke. Danke.